Hallo, ich bin die Claudia und heute zeige ich dir, wie du in nur zwei Minuten beweglicher hier oben wirst. Dazu startest du mit einem Vorherfoto. Stell deine Füße ungefähr schulterbreit auf, streck mal deine Knie durch, lass die Arme locker hängen. Jetzt guckst du nach rechts und guckst nach links. Ruhig zwei, drei Mal. Die Schultern bleiben ganz ruhig. Du beobachtest jetzt mal die Qualität und Quantität deiner Bewegung. Das heißt, wie weit kannst du nach rechts und links gucken und wie fühlt sich das Ganze an. Das merkst du dir natürlich. Und dann guck wieder zur Mitte. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Übung. Dafür ziehst du deine Fußspitzen kraftvoll nach oben und fängst wie ein Pinguin auf den Fersen an zu laufen. Lass deine Knie komplett gestreckt und zieh die Fußspitzen maximal nach oben. Also richtig kraftvoll. Deine Schienbeine dürfen spürbar werden. Dein Fußrücken darf spürbar werden. Oben bist du ganz aufrecht. Watschel mal zwei Minuten so durch deine Wohnung. Immer noch Fußspitzen maximal nach oben ziehen. Immer noch Knie maximal gestreckt lassen. Sehr gut. Und jetzt merkst du vielleicht auch, das fühlt sich so ein bisschen wie ein Pinguin an. Deswegen heißt die Übung auch so. Der Pinguin eignet sich wunderbar, wenn du früh zum Beispiel aufwachst und merkst, die Nackenmuskulatur super verspannt, ganz fester, steifer Nacken. Dann zwei Minuten Zähneputzen machst du ja sowieso. Und während den zwei Minuten läufst du einfach wie ein Pinguin durch dein Badezimmer. So langsam darfst du was spüren. Spürst du schon was? Sehr gut. Okay, halte noch ein paar Sekunden durch. Immer noch Knie maximal gestreckt. Immer noch Fußspitzen maximal nach oben gezogen. Weiter laufen, weiter laufen, weiter laufen. Noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Und dann lass die Füße locker. Schütte mal kurz aus. Atme durch. Und dann stell dich auf denselben Platz wie gerade eben. Wieder Füße ungefähr schulterbreit. Und die Schultern bleiben ganz entspannt. Du guckst wieder nach rechts. Und wieder nach links. Deine Schultern bleiben dabei ganz ruhig. Und vergleich mal mit vorhin. Vor zwei Minuten. Wie war es da und wie ist es jetzt? Beurteile mal Qualität und Quantität. Also wie weit geht es? Auf jeden Fall weiter bei mir. Und wie fühlt es sich denn an? Dann viel Spaß bei der Übung. Empfehle sie allen in deiner Umgebung, die mit dieser Partie hier oben immer mal wieder Herausforderungen haben. Wenn dir das Video gefallen hat, wird dir das ebenfalls ganz viel Freude bereiten. Bis bald! Unabhängig Untertitelung des ZDF, 2020